Jetzt gibt es ein neues Geständnis im Fall Matthew Perry. Der 54-jährige Schauspieler, der vergangenen Oktober starb, hat mit seinem Tod große Trauer ausgelöst. Damals ging man von einer Überdosis Ketamin aus. Nun hat einer seiner Ärzte zugegeben, einen Fehler gemacht zu haben. Dr. Mark Chavez bekannte sich schuldig, nachdem eine Einigung erzielt wurde. Das könnte ihn bis zu zehn Jahre hinter Gitter bringen. Auch Matthews Assistent Kenny Iwamasa steht unter Anklage. Ihm wird vorgeworfen, Beweise im Zusammenhang mit Perrys Tod verschleiert zu haben. Er soll den Tatort gereinigt und Ketaminflaschen entfernt haben. Außerdem wird ihm die unsachgemäße Verabreichung von Ketamin vorgeworfen. Matthew Perry kämpfte Zeit seines Lebens mit Suchtproblemen. Seine tragische Geschichte erzählt er in seiner Biografie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Hollywood trauert noch immer um den beliebten Friends Star. Verabreichung von Ketaminflaschen Verabreichung von Ketaminflaschen